KDB Konstruktionsbüro – Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung, Konstruktion und Detaillierung von Komponenten und komplexen Systemen. Mit über 40-jähriger Erfahrung und umfassendem Know-how haben wir uns vor allem auf die Bereiche Maschinenbau und Automotive spezialisiert. Wir gewährleisten die optimale Abstimmung bei jedem Projekt und können schnell und flexibel auf die jeweiligen Kundenanforderungen reagieren. Bei Bedarf arbeiten unsere Ingenieure auch in wichtigen Projektphasen direkt vor Ort. Zu unseren Spezialgebieten zählen individuelle Lösungen im Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau sowie die Gesamtentwicklung von Komponenten und Systemen in der Getriebe- und Antriebstechnik auch mit entsprechenden Toleranzberechnungen. Modernste Technik und Software in unserem Konstruktionsbüro mit verschiedenen Schnittstellen ermöglichen einen optimalen Datenaustausch. Von den Prototypen über die Entwicklung zur Serienreife bis zum kompletten Projektmanagement bieten wir mit unserem breiten System-Know-how alle Leistungen aus einer Hand. Deshalb vertrauen namhafte Kunden unserer Leistungsfähigkeit und Lösungskompetenz. KDB Konstruktionsbüro – Innovationen für die Zukunft. Очень viele Soldat ложity – Innovationen für die Zukunft. Reproduktion Service – Innovationen für die Zukunft.